schon viel Oh, Makago Flammenwurf zieht nicht viel Kometenhieb zieht etwas Stärke zieht auch viel was kannst du nicht mehr machen das ist doch jetzt ja, wir haben den 8. Norden erhalten genau gerade oh, ist das geil wir haben so lange gebraucht dafür oh man, Entei, du bist geil so jetzt gehen wir in die Drachenhöhle dort gibt's ja auch noch ganz ähm, einige ähm, Trainer schauen, da haben wir eigentlich schon einen TM Whirlpool ja, müssen wir eigentlich auch jetzt jemanden beibringen ja, Actillery ja, Aquaknarre kann weg kann man gleich wieder verlernen lassen hier ist ja, das da unten ist glaube ich der Attackenverlerner oh, das ist jetzt kein großes Problemchen so, hier kommt auch schon gleich der erste Trainer so, da war mein Vater drin ja ist jetzt nicht so ein Wunder es ist ja, 10 Uhr morgens wollte ich mir Frühstück bringen komm komm oh, Scheiße dann von ey was ist denn Scheiß hier warum mach ich nicht einfach Teleport ist doch viel schneller so aber ich würd sagen zur Pokémon Liga müsste ich mindestens Level 45 sein ja, 45 eventuell nicht aber 40 sicherlich sicherlich da die Pokémon Liga auch schon Level 40er Pokémon hat und ich glaub schon Level 46er und so das wird schon hart so Level 35 oh ja, Seemon dagegen haben wir keine Chance äh, ich tu mal Tilleri nach vorne dann müssen wir gleich irgendwo anders trainieren weil hier im Wasser geht das mal wieder nicht so gut so Aurora-Strahl Aurora-Strahl auf jeden Fall haben wir ein Pokémon was gegen äh Toplix hier das sollen wir haben wir haben auf jeden Fall ein Pokémon was gut gegen äh Drache ist IP-Talink können wir mal äh Don-Fan geben guck dahin du Jude guck dahin du Jude so ähm den Wasserfall legen wildes Rathini so hier ins Haus rein und jetzt mit dem Typen reden ja der fragt uns jetzt was ist aber egal also es ist ganz egal also es ist ganz egal Kräner möchten kämpfen gegen jeder wichtigsten wissen starke Pokémon schwache Pokémon was ist wichtiger starke schwach schwach beides natürlich das ist die Arenalaterin die gibt uns gleich eine TM und den Orden und von den Typen können wir irgendeinen von denen können wir ein Dratini kriegen komm wieder wenn du es möchtest genau erstmal gucken welche Terme wir erhalten haben und welche war's wie war's denn eigentlich jetzt wir sind doch eigentlich eine ähm eine Dingensattacke eine Drachenattacke lol alle jetzt kriegen wir die TM Feuerhode danke sehr kann das denn jemand nein leider nicht das Feuerhode ist stark deswegen wollte ich nur wissen mal gucken was hier irgendein Trainer oder so Drachenzahn den brauchen wir nicht das ist nur damit das wären Drachenattacken stärker da wir keine Drachen Pokémon haben interessiert uns das gar nicht so ja wie gesagt ich hab extra keine Drachen Pokémon reingemacht da ich die zu overpowered finde Herr Professor Martin Lindt ruft uns an wir können zur Pokémon Liga gehen aber warum man hier da Attacken verlernt hat du warst das doch oder Octillery die Octillery hat Octillery Octillery hat Octillery hat Octillery hat Octillery vergessen ich hoffe mal sie lernt noch eine andere Atacke ein Sto99 kann ich doch bestimmt lernen ne oh man oh Na egal, hat's eben erstmal nur 3 Attacken. Äh, nach vorne, ja, lass ich mal Octillerie. Dann würde ich sagen, fliegen wir mit Sato, fliegen dahin. Und surfen übers Wasser. Genau, ich kann Octillerie-Kaskade geben. Ist eh eine stärkere Attacke, also eine Wassertacke, die etwas mehr bringt. Hä, das kann das nicht erlernen? Willst du mich verarschen? Lol. Ich hab auch keine anderen Pokémon. Ja, doch hab ich, aber die bringen's alle nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Welches Pokémon kann das denn dann lernen? Schau, irgendwas hat Pokémon. Kannst du das? Hab ich überhaupt Poké-Bälle? Hyper-Bälle, 5 Stück. Schauen, ob du das kannst. Ich glaube, er war eher nicht. Ablegen. Markargo. Nee. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich pausier mal kurz die Aufnahme. Aber nicht, um mir in Pokémon zu fangen, sondern um was zu essen. Da ich hier gerade Essen habe. Äh, wartet mal. Ich will mir ein Pokémon fangen, was das kann. Hier gibt's doch nur Flecken-Wands. Ah, der fliegt mal woanders hin. Und zwar hier hin. Tentauk sagt man das doch bestimmt. Mist. Tentauk sagt man das doch bestimmt. Mist. Manntags hundertprozentig. Mist. Manntag... Oh ja, das war gut. Mist. Das war ja gerade nicht aufgepasst. Scheiße. Nein. Man kann das ähnlicher lernen. Nee. Dann kannst du das auch nicht. Manntags muss das können. Ey, scheiße, ey. Ja, Volltreffer. Fick dich, ey. So, Save-State. Äh, so. So. Ich hoffe mal, das kann das. Ablegen. Tentacher. Kann das eh nicht. Weiß ich doch. Ah, doch. Ist mir egal, was du vergisst. So, Pokémon. Zartu. Fliegen. So, wieder hier hin. Ich mache hier jetzt mal eben einen Cut. Also, ich pausiere nur mal kurz und ich esse eben was. Bis gleich. So, dann bin ich wieder. Äh, ja. Es geht weiter. So. Du kannst hier hochkraxeln. Und, jo. Dann machen wir mal hier jetzt mal ein paar wilde Pokémon-Kämpfe. Alles nur zum Training, natürlich. Wir sind hier, von dir kriegen wir doch Sandstum, oder? Ja, Sandstum. Das klingt jetzt aber recht wenig. Du bist eine Trainerin. Bisa-Samen, das ist down. Don- Äh, Don-Fan. Ach ja, stimmt, Don-Fan. Ich dachte, ich habe gerade so Don-Fan gelesen. So, Bisa-Floor ist auch schnell down. Aurora-Strahl. Okay, das hat uns jetzt ein bisschen Schaden gemacht. Wo war denn jetzt unser super Trank da? So, jetzt können wir hier nochmal weiter surfen. Äh, hier. Äh, wir machen mal surfen. Oh ja, das wird lustig. Ach, Mann. Äh, ja, ich dachte gerade, mein Ding ist wer da. Äh, hier, wie heißt das Ding? Mein Makargo. Äh, Morlord. Kometen, die bringt nichts. Mein Kopf nur was. Ein bisschen. Okay, oh wei. Ja, das wird schon lustig hier. Die sind alle so overleveled, obwohl die gar nicht overleveled sind. Aber ich bin halt nur so underleveled. Und ich rede auch nicht scheiße, ich weiß, das hat gar keinen Sinn. Dass das klar steht, dass ich gleich abkacke. Aber egal. Packen das noch alles hier. Äh, Malzer. Ja. Ja. Ent, äh, Eisenschweif, Eisenschweif. So. Stampfer. Gerne doch. Gegen Brüller. So, dann mach ich mal hier, Zatu. Fliegen. Hier hin. Nicht so, unsere Mutter. Da hin. So, geheilt. Wer ist vorne? Ah, Lidia muss noch vorne. Darf ich jetzt hier wieder ganz alles machen, oder was? Ach, doch jetzt zum Quatzen. Warte, ich kann mal hier langslaufen. Ich meine, da konnte man irgendwo eine Sonderbombe finden. Äh, das war, glaube ich, ein Sonderbombe. Ja, der kommt auf jeden Fall mit. Äh, dafür geht auf jeden Fall... Die X-Abwehr weg. Die setze ich auch gleich ein. Für... Äh... Konzert. So. Äh, das habe ich gerade vergessen hier. So, ist ja nicht jetzt so lange hier der Weg. Okay, dann können wir wieder hier lang gehen. Juck. Ich habe das jetzt für Donson gemacht, weil... Ähm, für, ähm, Lidia würde es sich das nicht so ganz lohnen. Dass man nicht so hochgelevelt ist, und... Da das jetzt eigentlich ziemlich leicht bei den Kindern... Ne, leicht eigentlich nicht. Oh, Stafette.